Wir sind ein Zusammenschluss von Hinterbliebenen, Opfern von rechter Gewalt, AktivistInnen, KünstlerInnen, Initiativen und Einzelpersonen. In den vergangenen Jahren haben wir in verschiedenen Orten eine gesellschaftliche Anklage von Rassismus formuliert, da wir bis heute weit von der versprochenen, lückenlosen Aufklärung des NSU-Komplexes entfernt sind. Wir klagen die gesellschaftlichen Strukturen an, die es ermöglichen, dass die Geschichte von marginalisierten Personen nicht wahrgenommen werden, denn … Ich möchte, dass Menschen uns nicht als Opfer sehen, sondern als ein Teil von sich selbst. Heute, vier Jahre nach dem Urteil in München, fordern wir, Anklagen reicht nicht mehr. Wir fordern Veränderungen. Die vollen Straßen und Plätze der letzten Jahre zeigen, dass wir genug haben. Genug von institutionellem Rassismus, von rassistischer Gewalt der Polizei, von menschenverachtenden Ideologien. Die Rechten sagen, wir gehören hier nicht her. Die Gesellschaft der vielen sieht das anders. Wir sind da. Wir waren immer da, werden kommen und bleiben hier. Machen wir die Gesellschaft der vielen und kämpfe um Selbstbehauptung und Erinnerung gemeinsam unübersehbar. Kein nächstes Opfer. Durchbrechen wir die Kontinuitäten rechten Terrors. Man00Borium